Die Illusionen Die Illusionen Die Illusionen Die Illusionen Weiterhin im Radio Sauerland Studio Sven Dielein Über zwei Jahre lang hat Sven Dielein an seiner Show Crime gearbeitet, zusammen mit Illusionsbauern aus den USA getüftelt. Sven Dielein im Amtsberger Sauerland Theater beginnt 20 Uhr. Die Illusionen Die Illusionen Die Illusionen Die Illusionen Die Illusionen